Hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem kleinen neuen Video. Heute geht es um mein dreijähriges Lurileum, drei Jahre auf Twitch. Also, legen wir los! Ja, schauen wir uns doch mal an, was wir die Woche auf Twitch so alles machen werden. Und zwar fangen wir an heute Abend mit einem schönen Just Chatting Stream, wo wir die letzten drei Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen. Und dazu wird es auch noch einen wunderbaren Podcast zusammen mit dem Say, wer sollte es auch anders sein, meinem neuen Podcast-Partner, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, geben. Den werden wir natürlich live im Stream dann abhalten. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Morgen geht es dann gleich weiter. Zusammen mit dem Nasty wird es da ein wenig Super Mario Action geben. Super Mario 64 Action im etwas anderen Gewand. Lasst euch mal überraschen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und genauso der Mittwoch. Der Mittwoch werden wir sehr früh starten. Wir werden schon um 12 Uhr mittags starten. Und zwar zusammen mit Anni werde ich da It Takes Two spielen. Es ist ja so ein sehr gehyptes aktuell, also sehr aktuell gehyptes Koop-Spiel. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich extra noch nicht großartig spoilern lassen. Und ja, wir werden mal sehen, wo uns da die Reise hinführt. Am Donnerstag steht Community Action an. Und zwar werden wir verschiedene Spiele spielen. Mario Kart, Gartic Phone, all sowas. Alles, was wir halt zusammen spielen können. Und am Freitag wird es was ganz Schönes geben. Ab 16 Uhr nämlich ein Ocarina of Time Randomizer Koop sieht. Zusammen mit dem lieben Trakel. Und ja, bleibt ja nur noch das Wochenende. Wow, so ein langer Streamplan mal bei mir. Sieben Tage, das ist Premiere. Und zwar den Samstag. Da spielen wir Super Mario Galaxy. Und das ist ein Spiel, das habe ich, ich glaube, vor zwei Jahren das letzte Mal. Anderthalb, zwei Jahre das letzte Mal gespielt. Und ja, ich werde es mir jetzt mal gerade die Switch-Variante davon schön anschauen. Und freue mich da auch schon riesig drauf. Sonntag machen wir ein schönes Finale. Und zwar wird es eine große Among Us-Runde am Sonntag geben. Und ja, den Rest schauen wir mal noch so ein bisschen spontan, was uns dann sonst noch so einfällt. Es wird auf jeden Fall sehr viel Streamzeit geben. Freut euch drauf. Ich tue es auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Das war es auch schon von diesem kleinen Video. Jetzt lasst gerne einen Daumen nach oben da. Drückt mal kräftig den Abo-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auch bei meinen Streams auf Twitch dann gerne mal rein. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020